Mittwoch, 30. Oktober, 20.45 Uhr, Fortuna Düsseldorf gegen Erzbeker Aue, 2 zu 1. Florian Kastimeyer, Kasim Adamas, Nico Geismann, André Hofmann, Alfredo Varlaes, Oliver Fink, Erik Tommi, Matthias Zimmermann, Markel Sobotka, David Kwanaghi, Ruwin Heineckes, Martin Menel, Marco Mijafik, Clacuro Rizzotto, Führin und Herr Clemens Fremdich, Louis Samson, Philipp Reise, Domiery Werzerhof, Florian Krüger, Marschalltistorit, Norbert, 12.40 Uhr, Vielen Dank.